Ja, Hallo zusammen. Schön, dass Sie alle da sind und die nächsten 15 Minuten mir zuhören werden, wo ich darüber spreche, zum Thema Lieferkettengesetz und Dekarbonisierung in der Lieferkette und Ihr Impact, also der Impact des Einkaufs. Und zwar, Sie alle kennen das Hund-Jagd-Katze-Jagd-Maus-Prinzip und jetzt ist die Frage, was hat das denn eigentlich mit Lieferketten und Nachhaltigkeitsdaten zu tun? Der bekannteste Fall, in dem das Ganze, diese Reihenfolge umgekehrt wird, ist sicherlich der von Tom und dem Hund Spike. Und zwar war ich letztens mit meinem Neffen diese Episode am Schauen und dachte, das ist eigentlich ein super Beispiel, um mal das ganze Thema Nachhaltigkeitsbewertung in Lieferketten sich anzuschauen. Und zwar stelle ich das mal ganz kurz nach. Also wir haben hier Tom, den Hund, äh, die Katze oder den Kater und wir haben Spike, den Hund. Und Spike, der hängt an der Leine. Der kommt nicht weiter als irgendwie so einen gewissen Radius. Tom geht hin und misst diese Leine aus und zieht sich dann genau da, wo Spike nicht weitergehen kann, eine Linie. Und stellt sich dann dahin und ärgert den Spike, wie sie das hier sehen. Aber Spike ist nicht ganz auf den Kopf gefallen und in einer Minute, wo Tom nicht da ist, geht er hin und radiert die Linie aus und zieht sich eine neue, 20 Zentimeter näher an sich ran. Das nächste Mal, dass Tom sich an die Linie stellt, um Spike zu ärgern, packt Spike Tom in einem Wupps und wie in so einer Cartoon-Figur zieht er ihm die Kleider vom Leibe. Tom steht in Unterhose da, also ohne Fell und ist total bloßgestellt. Und was ich hier mit einleiten will, ist das Thema, was muss ich beachten, um nicht nur zu reporten, dass ich eine Linie gezogen habe, sondern um sicher zu gehen, dass diese Linie mein Risiko, nicht wie Tom so bloß dazustehen, auch wirklich ausreichend absichert. Hier geht es also um das ganze Thema Prüfen von Daten, das mit Daten arbeiten. So, und jetzt die große Frage, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, warum das ganze Thema Datenverifizierung wichtig ist. Wir haben hier die EU-Richtlinie, die CS3D. Wir warten alle auf den Trilog. Wir wissen noch nicht genau, was da passiert, aber wir wissen eins, es wird knackiger und es wird härter und strenger sein. Dann haben wir den Kunden. Der Kunde, der will sehen, was Unternehmen heutzutage wirklich machen. Nicht mehr, was sie irgendwie reporten, wir haben hier irgendwas gemacht, sondern was macht ihr wirklich. Und wenn wir uns jetzt auch noch Investoren anschauen, es wird kein Kredit mehr ausgegeben, basierend auf einer Selbstauskunft. Wir können ja auch alle kein Haus mehr kaufen und irgendwie sagen, ja, aber ich habe einen guten Job und ich habe viel Geld, sondern da wird nicht geschaut, haben Sie irgendwie einen Lohnschein, sondern was steht da drin. Es geht also nicht nur um Quantität von Daten, sondern auch eine gewisse Qualität von Daten. Und das ist sehr wichtig. Genau. Dann gehen wir weiter und schauen uns mal an, was in Brüssel passiert. Also das ganze Thema ist heute nicht mehr ein Can-Do. Es geht nicht mehr darum, ob Ihnen nachhaltige Beschaffung in Ihrer Lieferkette wichtig ist oder ob Ihnen wichtig ist, mit echten Daten umzugehen. Sondern es geht darum, wenn ich jetzt nach Brüssel schaue, da ist jeder gut beraten, sich heute so schnell wie möglich echte Daten anzusammeln, mit echten Daten zu arbeiten und damit dann auch wirklich einen Impact generieren zu können. Und die gute Frage ist halt, warum wird dieser Maßstab, der bei Investoren und bei all den anderen Daten, wenn es um finanzielle Daten und so weiter geht, warum wird der Maßstab nicht immer gesetzt? Das ist aber jetzt anders. Das Lieferkettengesetz, die BAFA ist am Auditieren. Ich habe hier auch Herrn Wichterich mitgenommen von der Agravis, unser Kunde, der kann mal winken. Der wurde von der BAFA kontaktiert. Also wenn Sie Fragen haben, wird der später an unserem Stand stehen und Ihnen gerne Fragen beantworten. Dann haben wir um die Ecke die CS3D, die CSRD, die winken Ihnen freundlich schon zu. Dann haben wir den CFO, der seine Unterschrift setzen muss. Da geht eine Selbstauskunft nicht mehr. Das geht einfach nicht. Und genau, Sie gerade als Einkäufer, das sind Ihre Risiken. Das sind Ihre Haftungsrisiken und Ihre Reputationsrisiken. Und Sie haben hier eine richtig große Chance, nämlich erstmal compliant zu sein. Ich denke, das ist allen wichtig. Und das andere ist, gerade hier entscheiden Sie von einer Zielsetzung hin zu auch der Umsetzung und wie Sie das Ganze umsetzen wollen. Und da kommen wir zum Thema. Sie haben es eventuell an unseren T-Shirts gesehen. Es ist unter meiner Jacke, dass wir hinten draufstehen haben. Are you faking or making it? Weil eine Verifizierung ist eigentlich ganz einfach durch künstliche Intelligenz. Da fragen wir uns, ist etwas da? Ja oder nein? Aber menschenrechtliche Themen, die lassen sich nicht einfach so quantitativ mit Ja-Nein-Antworten qualifizieren. Man kennt die Risiken ja nicht, wenn man nicht qualitativ dahinterher geht. Deswegen kann man auch dementsprechend nicht handeln. Man kann keine Beschaffungsentscheidungen treffen, ob jetzt ein Unternehmen nachhaltig ist oder risikoärmer ist. Und damit können Sie auch keine Risiken identifizieren. Bei Menschenrechten in Bangladesch zum Beispiel können Sie quantitativ prüfen. Haben wir hier einen Mindestlohn, der ausgegeben wird? Oder es wird ein Durchschnittslohn ausgegeben. Aber ist dieser Durchschnittslohn, der Ihr Lieferant in Bangladesch auszahlt, auch wirklich Living Wage? Kann der Lieferant oder kann der Mitarbeiter, der da drunter ist, auch wirklich von dem Geld leben? Kann der davon Essen bezahlen? Und das ist eine andere Frage. Und da braucht man qualitative Daten. Das ist ganz wichtig. Also wenn Sie auf Ihre Lieferanten zugehen und verstehen wollen, wo Ihre Risiken sind, Ihre Einkaufsrisiken, damit Sie Entscheidungen treffen müssen, müssen Sie sich diese Frage stellen. Ist Ihr Lieferant hier ehrlich mit seinen Daten und ist Ehrlichkeit Ihnen genug? Oder die Hoffnung auf Ehrlichkeit? Genau. So, vor wenigen Wochen rief mich ein CPO, also ein Einkaufsleiter an. Mit dem hatte ich schon ein paar Mal Gespräche und er meinte, ja, aber Sarah, wir haben jetzt vor drei Jahren damit angefangen. Wir haben teilweise Fragebögen entwickelt, wir arbeiten mit einer externen Lösung. Wir gehen das Thema jetzt schon ziemlich lange an. Wir haben Ressourcen eingestellt, wir haben Geld in die Hand genommen, wir sind auf alle Lieferanten zugegangen. Wir haben die ewig oft erinnert, wir haben Daten bekommen und jetzt reporten wir da drauf. Aber wir können keine Einkaufsentscheidungen aufgrund dieser Daten setzen oder machen, weil die Daten sind Self-Assessments. Also wir fragen den Lieferanten, macht ihr was falsch? Habt ihr Kinder eingestellt? Der, der keine Kinder eingestellt hat, sagt nein. Der, der Kinder eingestellt hat, können Sie sich denken, was er sagt. Und das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, denn er merkt, wir haben das ganze Geld und die ganze Zeit hier reingesteckt. Wir sind jetzt fast in so einem Song-Kost-Phänomen, wo man nicht mehr weiß, was man eigentlich jetzt machen soll. Aber das alles aufgrund von leeren Daten und mit diesen Daten kann man eigentlich nichts machen, weil man weiß, man hat ja nicht wirklich geprüft. Man hat Spike die Linie setzen lassen. Und Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Wenn wir uns nämlich das Jahr 2022 anschauen, letztes Jahr, da erhielten 89 Prozent von den Unternehmen, die von uns bewertet wurden, hatten mindestens ein ungültiges Zertifikat oder Dokument. Das könnten abgelaufene Dokumente sein. Wenn Sie die Ressourcen haben, können Sie Ihre Einkäufer fragen, um eben alle Dokumente da zu prüfen. Prima. Aber jetzt geht es um gefälscht und plagiierte Dokumente. Sie können bei manchen Ihre Einkäufer fragen, zum TÜV Rheinland zu gehen und jedes einzelne Zertifikat einzugeben. Wenn Sie die Ressourcen haben, machen Sie das. Aber was machen Sie, wenn das Ihr Dokument ist? Jetzt haben Sie 100 Hochrisikolieferanten in China und jedes dieser Lieferanten hat Ihnen 20 solcher Dokumente geschickt. Und wer in diesem Raum kann mir sagen, was mit diesem Dokument nicht richtig ist? Habe ich mir fast gedacht. Ich habe sehr gehofft. Aber wir sehen hier, es ist ein Sitzungsprotokoll eines Ausschusses für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Das ist ein echtes Dokument. Ich habe einen Analysten bei Ecovades gefunden, der in China arbeitet und der hat mir dieses Dokument gegeben. Keine Sorge, wir haben alles verheimlicht. Also wir wissen nicht, wer es ist. Wenn das Ihr Lieferant wäre, würden wir Sie anrufen und Ihnen Bescheid geben, dass Sie da erstmal nichts mehr glauben dürfen. Das ist nicht nur ein gefälschtes Dokument, sondern das ist ein eingekauftes gefälschtes Dokument. Da hat jemand Geld in die Hand genommen, um ein gefälschtes Dokument zu erstellen, das ein anderer Lieferant uns auch schon mal geschickt hat. Und wir wissen das, weil wir über 14 Millionen Datenpunkte haben. Wir vergleichen jedes Dokument mit jedem Dokument, das wir jemals bekommen haben. Und wir haben alle studiert. Wir wissen, wie Plagiieren funktioniert. Das sind nie mehr als fünf Wörter in der gleichen Reihenfolge. Hier ist alles gleich, außer wer waren die Teilnehmer in dieser Covid-Sitzung, wo entschieden wurde, wie wir sicher umgehen mit Covid und welches Unternehmen es ist. Alles andere ist genau gleich. Ich würde also sagen, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, lieber Lieferant, are you faking or making it? Dann sind wir hier ganz klar im Faking. Die Key Message, wenn es jetzt also um diesen Teil geht, ohne eine objektive Bewertung und Analyse gibt es keinen Inhalt. Sie können ein validiertes, ein valides Risikomanagement funktioniert nur mit objektiven Daten. Und wenn Sie da die Datenqualität auch wirklich umfassend ist, quantitativ und qualitativ. Und das Risikomanagement, wenn das nicht greift, dann liegt das Risiko bei Ihnen in Ihrem Einkauf. Gehen wir mal auf das Thema Dekarbonisierung. Treibhausgase. Wenn wir jetzt hier verstehen wollen, was Ihr Lieferant macht, ist Ihr das am Faken oder am Maken? Da würde man ja denken, theoretisch ist das einfacher. Wir wissen alle, dass es nicht einfach ist. Aber wir haben ja hier sehr quantitative Daten. Eine Berichterstattung zum Energieverbrauch, erneuerbare Energie, Wasserverbrauch, andere Sachen. Es ist greifbarer als Menschenrechte. Aber das bedeutet nicht, dass es einfach ist. Und übrigens Sie als Einkäufer, Sie haben ja mehrere Ziele, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wollen Sie auf der einen Seite eine nachhaltige Welt schaffen in Bezug auf Arbeits- und Menschenrechtsrisiken. Aber der andere riesengroße Faktor ist Klimaveränderung. Und da geht es um Kaben. Und wie wir wissen, und Sie wissen das sicherlich, die meisten von Ihnen im Durchschnitt sind 80% Ihrer Treibhausgasemissionen in Ihrer Lieferkette. Das ist also da, wo Sie den Impact machen können. Und da haben Sie wieder extremen Einfluss, um erstmal Compliance zu sein, aber beim Compliance sein auch was davon zu gewinnen. Nämlich, dass Sie wirklich mit diesen Risiken umgehen und dass Sie langfristig Ihre Beschaffungsorganisation sicherer, stärker und weniger riskant machen. Und auch eine Reduktion vorantreiben. Und jetzt will ich Ihnen da mal ein Beispiel zeigen. Wir haben hier ein Unternehmen und wir prüfen verschiedene Sachen. Also das Erste, was wir prüfen, ist, haben Sie ein Reduktionsziel für Treibhausgase? Ja, dieser Lieferant hat das. Der hat auch ein Intensitätsreduktionsziel und hat sich verpflichtet zu Science-Based Target Initiative. Das heißt, der ist auf jeden Fall in der Zielformulierung ganz gut. Der hat geschrieben, ich werde bis 2040 Carbon Neutral sein oder das und das und das erreichen. Bei Ecovades hat noch nie jemand ein super Ergebnis bekommen, weil er sich das Ziel gesetzt hat, irgendwo sich zu bessern und Carbon Neutral zu werden. Denn wir prüfen auch andere Sachen. Aktionsplan. Gibt es einen zeitgebundenen Aktionsplan, der auch diese Reduzierung der Treibhausgasemissionen voranbringt? Gibt es ein eigenes Budget, um das überhaupt, dass diesem Ziel auch zugewiesen ist? Gibt es hier ein spezielles Management Team? Was ist mit den Maßnahmen für Scope 1 und Scope 2 oder für Scope 3? Wurden da irgendwelche Maßnahmen gesetzt? Und dieser Lieferant, der konnte dort nur Nein sagen. Haben wir nicht. Aber wir haben Ziele. Wir haben also hier wieder das Thema Faking. Wenn Sie jetzt das Geld in die Hand genommen hätten und geprüft hätten, ohne zu prüfen, also nur zu fragen, haben Sie vor, besser zu werden? Oder auch wie eben die Fragen, die ich gezeigt habe zum Thema Nachhaltigkeit in Menschenrechtsrisiken. Dann hätte der bei Ihnen einen klaren grünen Haken gehabt. Sie hätten jetzt wahrscheinlich gesagt, bei diesem Lieferanten haben wir weniger Risiko als bei dem anderen, weil der hat alles richtig gemacht. Und der andere, der hat ein paar Defizite gezeigt. Und das ist halt das große Problem, weil jemand, der wirklich sehr, sehr wenig in der Nachhaltigkeit tut, ist wahrscheinlich mehr motiviert, um nicht ehrlich zu sein. Und da gibt es auch viele Unternehmen, die machen viel. Und die sind aber noch nicht perfekt. Und die werden vielleicht zugeben, dass sie noch nicht perfekt sind. Da das ganze Thema soziale Erwünschtheit. Die Key-Message hier ist also, echter Impact und echtes Continuous Improvement oder kontinuierliche Verbesserung ist nur durch echte Interaktion und KPIs möglich. Die Zielsetzung ist nicht gleich eine Zielerreichung. Und Sie müssen herausfinden, ist Ihr Lieferant doing the talk, talking the talk oder walking the walk? Das ist eigentlich die große Frage. Und dann werden Sie hoffentlich in zwei Jahren oder drei Jahren anfangen zu überlegen, okay, das LKSG, die CS3D, die sind ja alle für einen Grund entwickelt worden. Nämlich am Ende wollen wir auch Impact nicht bei den Lieferanten und den Partnern nur erschaffen, sondern auch beim Planeten und der Gesellschaft. Und da kann ich Ihnen jetzt mal ein paar Kennzahlen nennen. Also Ecovades, wir haben über 1000 Kunden, die über 47.000 Einkäufe haben, die Ecovades nutzen. Wir haben über 1,3 Millionen gescreente Unternehmen, über 14 Millionen Datenpunkte. Das sind nicht Selbstauskünfte, das sind echte Daten. Unsere Lieferanten haben sich im Schnitt um 8,3 Punkte verbessert. Aber wenn wir jetzt auf den Planeten gucken, was haben wir da eigentlich erreicht mit unseren fast 100 Millionen Mitarbeitern, die hinter diesen Ecovades-Ratings stecken, die bei diesen Lieferanten arbeiten. Und da sind seit dem letzten Jahr 130 Prozent mehr Unternehmen nutzen und produzieren erneuerbare Energien. Über 25 Prozent mehr Unternehmen haben Wiederverwendungs- und Recyclingmaßnahmen. Und wir haben 53 Prozent mehr Unternehmen, die Arbeitssicherheitsausrüstung bereitstellen. Ich meine, das rettet ja wirklich Menschenleben. Und jetzt würde ich Sie deswegen fragen, wo wollen Sie die Linie ziehen und wie vor allem? Wollen Sie Spike aka Ihren Lieferanten die Linie ziehen lassen oder wollen Sie entweder selber oder mit Hilfe das Maßband in die Hand nehmen? Und deswegen mein Fazit, sehen Sie die Sorgfaltspflicht als Ihre Sorgfaltschance für eine echte Risikoreduzierung? Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Sarah. Und es kam eine sehr spannende Frage rein, die knüpft direkt hier an. Wie kann ich bei einem Lieferanten in China zu einer objektiven Bewertung kommen, wenn nicht nur das Unternehmen, sondern auch das System dies aktiv verhindert? Wer hat die Frage gestellt? Es wäre ganz interessant, vielleicht mehr dazu zu lernen, was das genau bedeutet. Wie kommt ihr zu euren objektiven Daten, wenn ihr nicht zu Unternehmen fragt, also wie kommt die Daten an die Daten? Wenn es Unternehmen euch aktiv ablügt? Klar. Okay, danke schön. Also nochmal, wie kommt ihr zu euren objektiven Daten sozusagen? Also du hast gerade erklärt, es geht nicht über Selbstauskünfte, aber wie kommt ihr denn an die Daten? Ja, genau. Und da jetzt in dem Bezug noch das Extrembeispiel China, ohne da jetzt irgendwem irgendwas zu unterstellen, da ist vielleicht ein noch größerer Interesse, nicht die Wahrheit zu sagen. Voll. Wie geht ihr dann damit um oder wie kommt ihr da zu einer objektiven Bewertung? Absolut, also wir haben ein komplettes Team in China von Analysten, das sind Experten in der Nachhaltigkeit. Die haben einen Bachelor, einen Masterabschluss, oft noch einen PhD, die haben oft auch noch einen Hintergrund in Jura, aber ganz, ganz oft der Fokus auf Human Rights, wenn die sich diese Human Rights Themen anschauen. Wir wollen für alles Beweise sehen. Wir fragen den Lieferanten nicht, arbeiten sie mit Kindern ja oder nein? Und wenn sie ja sagen, haben sie nicht bestanden, wenn sie nein sagen, haben sie bestanden. Wir kennen, wir wissen alle, das ist so das, was auf dem Markt oft existiert. Sondern wir wollen wirkliche Beweise sehen. Das können Zertifikate sein, das können On-Site-Audits sein, das könnte aber auch sein, den Prozess, wo zum Beispiel jeder einzelne Mitarbeiter per Personalausweis geprüft wird, dass da ein kompletter Prozess dahinter steht, um sicher zu gehen und das wird dann auch bei uns mit kommuniziert. Dann prüfen wir über 360-Degree Watch, wir prüfen über 180.000 Datenquellen. Wir haben eine RDC-Compliance-Partnerschaft, wo wir über 400 Sanktionslisten prüfen. Wir gehen in die Gewerkschaften, wir gehen in die Fachpresse in China und die Gewerkschaften auch in China. Also wir haben auch dort nochmal ganz, ganz viele Datenquellen, wo wenn wir irgendwelche Risiken oder irgendwelche Probleme finden, wir das flaggen und wir dann sagen, hier müsst ihr euch nachbessern. Und nachbessern könnte sein, dass man jetzt hier Schulungen durchführt, damit sowas in der Zukunft nicht mehr passiert. Natürlich das Risiko sofort, also sofort damit aufhört, was da irgendwo in der Fabrik passiert ist. Es geht ja hier nicht darum, sofort diesen Lieferanten zu sanktionieren und nicht mehr mit dem zu arbeiten, sondern das Lieferkettengesetz sagt, arbeiten Sie daran, diesen Lieferanten zu bessern, weil dann nur haben Sie Impact. Sonst haben Sie ja nur einen Lieferanten, der dann Subunternehmer wird von einem anderen Lieferanten, mit dem Sie arbeiten, bis der entdeckt wird. Und das wollen wir ja nicht. Frage beantwortet? Wunderbar. Genau, eine kurze Frage noch und dann müssten wir in die Kaffeepause. Alles klar, danke schön. Wie wird denn, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Kinderarbeit bleiben, gibt es ja durchaus Branchen, ich nenne jetzt mal die Landwirtschaft, wo es durchaus gang und gäbe ist, dass Kinder auf dem Hof der Eltern nachmittags mithelfen. Wenn wir jetzt einen Milcherzeuger zum Beispiel haben, der also ein Lieferant ist, weil ein Milchlieferant, wenn der die Frage beantwortet und ehrlicherweise Ja sagt, welche Auswirkungen hat das denn? Weil es ist ja gängige Praxis, dass die Kinder dort durchaus mithelfen. Interessante Frage. Da müssen wir mal mit den Analysten zusammensprechen. Wir haben auch Agravis, das wäre vielleicht, da könnten Sie sich auf jeden Fall gleich mal zu unterhalten, weil da haben Sie bestimmt, da haben wir auch schon Telefonate drüber geführt über das Thema. Können wir nachher auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil das ist auf jeden Fall ein interessanter Fall. Und vielleicht frage ich mal eine Analystin, wie wir damit umgehen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, alle weiteren Fragen, die euch noch kommen, könnt ihr sicher auch abseits der Bühne mit Sarah klären. Unser Stand ist da hinten, ganz in der Ecke. Da lang. Also kurz vor dem VIP-Raum, da stehen wir lächelnd. Und wir haben Herrn Wichterich von der Agravis noch am Start, wie erwähnt, für BAFA-Fragen oder Fragen, wenn Sie es vom Kunden selber hören wollen, statt von mir. Genau, da freuen wir uns drauf. Wunderbar. Dann würde ich sagen, einen großen Applaus für Sarah Elford nochmal. Vielen lieben Dank für deine Einblicke. Vielen Dank.